Hallo ihr Lieben, hier ist nochmal eure Anke und ich packe jetzt eure Bestellung. Wir hatten ja gerade live, aber jetzt könnt ihr nochmal einen exklusiven Einblick bekommen, was andere Kunden so bei uns bestellen und ihr könnt natürlich wieder eure Fragen stellen. Die Ines ist mit dabei. Hallo! Also her nochmal mit euren Fragen und wir beantworten sie sehr gerne und wir schauen gleich mal in die Bestellung, aber nochmal in die Tagesboxen und zwar haben wir heute zweimal die Zizzles als Tagesbox eines unserer beliebtesten Snacks und dann dreimal die Dreierlei abends als Betthupfel und ihr bekommt ab 35 Euro Warenkorb noch ein kleines Goodie mit dazu und zwar gibt das hier, nehme ich noch die Dreierlei mit dabei. Also dann habt ihr auch noch zum Weihnachtenstag ein richtig tolles Geschenk für die eigene Fellnase und ich liebe es wirklich eure Bestellung zu packen. Das letzte Mal habe ich ja dann schon mal festgestellt, so viele kommen ja gar nicht auf Versand kostenfrei und wir haben natürlich dann gleich im Shop auch nachgebessert, wo ich das gesehen habe. Also es wird sicherlich hoffentlich besser kommuniziert im Shop und ich sehe das schon in den ersten Bestellungen. Das sieht nämlich alles schon mal sehr, sehr gut aus, dass hier keine zusätzlichen Versandkosten drauf kommen und das auch nochmal bei euch der Tipp. Solltet ihr heute bestellen, ab 35 Euro Versandkosten frei und dann legt sich auch das Goodie zum Weihnachtstag mit in den Warenkorb. Also unbedingt auf Versandkosten frei achten. So und die allererste Bestellung ist von der Nicole und Nicole hat hier schon mal eine super Wahl getroffen. Sie hat nämlich fünfmal die Zahnputzflocken Großpackung Papi bestellt und die Zahnputzflocken unser absoluter Bestseller und die haben wir ja einmal in der 90 Gramm Packung und die ist aber schon wirklich ja nicht mehr der Bestseller in dieser Form, sondern die Großpackung mit 140 Gramm wird mittlerweile von euch ganz, ganz fleißig bestellt. 140 Gramm ist wirklich eigentlich das Produkt, was ich empfehle. Ihr könnt noch ein bisschen sparen, wenn ihr aber natürlich nochmal erstmal schauen möchtet, ob der Hund es nimmt, dann könnt ihr natürlich auch die 90 Gramm Packung kaufen. Aber für die, die es schon kennen oder auch wo man sagt, man möchte jetzt die Kur machen, dass der Zahnstein sich löst, dann gleich am besten zur Großpackung greifen und da haben wir jetzt fünf Stück davon. Wie wirken die Zahnputzflocken? Der Hund schlägt es auf, es verteilt sich gut im Mund und kann so gegen die Plackbakterien wirken und die Mundflora kommt in Balance und am besten eignen sich die und das ist das Intensivste, was ihr machen könnt, nämlich von der Schleckmatte. Da haben wir ja ganz viele verschiedene Varianten, wenn ihr noch keine zu Hause habt, weil hier sich die Zahnputzflocken am besten im Mund verteilen und so natürlich auch effektiv gegen die Plackbakterien wirken können. So, das heißt, also die Nicole, die bekommt fünfmal die Zahnputzflocken Großpackung Papi und das heißt, sie bekommt es auch für Versandkosten frei, weil wirklich 35 Euro sind. So, dann packe ich das gleich mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, selbst wenn Nicole jetzt noch zum allerersten Mal bestellt, also den Zahnstein wird sie da sicherlich mit loswerden. Also es reicht mehr als sechs Wochen. Das ist der Schnitt, den man geben muss. Natürlich kann es auch länger dauern, aber wichtig ist, dass die Bakterien sich nicht mehr vermehren können. Zum Beispiel bei meiner Kollegin hat es auch mal vier Monate gedauert, aber man kann sich da gut am Mundgeruch lang orientieren. Wenn der ja weg ist, dann bedeutet es auch, dass die Bakterien sich reduziert haben und dass die Mundflora wieder in Balance kommt und dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern, bis der Zahnstein abfällt. Aber im Schnitt sehen wir das eigentlich nach sechs Wochen, dass der anfängt, sich zu lösen. So, das heißt also für Nicole, fünfmal die Großpackung. So, dann gibt es natürlich auch ein Geschenk bei jeder Bestellung mit dazu. Je nachdem, wie viel bestellt, bekommt ihr immer auch noch ein Goodie. Und versandkostenfrei ist es, wie gesagt, auch noch so. Dann haben wir als nächste Bestellung die von Jessica. Und Jessica hat sich einmal auch für die Zahnputzflocken Großpack und Papi entschieden. Also, sehr gute Wahl. Ihr seht, ein absoluter Renner. So. Und für die Aktionsbox. Und ja, wisst ihr, wir haben heute die Tagesbox zum Valentines Live mit dreimal den Dreierlei und zweimal den Zizzle 10% gespart. Aber ihr könnt dauerhaft 10% sparen. Und zwar gibt es die Starterbox mit den Flocken und den Dreierlei und den Zizzle. Es gibt die Snackbox, die sehr snacklastig ist und dann die Zahnputzflocken noch mit dazu hat. Das ist auch so als tägliche Zahnpflege. Und dann gibt es noch die Aktionsbox, die jetzt auch die Jessica bestellt hat. Und die ist sehr stangenlastig, also nimmt sie wahrscheinlich die Flocken und die Cheezys, die noch enthalten sind in der Box, als tägliche Zahnpflege und gibt dann die Stangen wahrscheinlich als super Belohnung. So. Jetzt muss ich die einmal greifen. So, jetzt bin ich wieder im Bild. Entschuldigung. Genau. Also 10% dauerhaft an den Boxen gespart und deswegen auch mal schauen, was sich da für euch eignet. Und wie gesagt, wir beraten euch da gern. Und da gibt es halt in der Aktionsbox auch die Glücklichmacher, die gepufften Puffcheese, Puffcracker, Heartcracker und dann wie gesagt die Cheezys als tägliche Zahnpflege. Und das ist auch das Besondere. Ihr braucht nicht jeden Tag eine Kaustange füttern. Am besten wirklich die Snacks oder die Zahnputzflocken einmal täglich. Und dass die Mundflora im Balance bleibt, dass die Bakterien sich nicht mal vermehren können. Das ist das Entscheidende. Und dann die Kaustange könnt ihr dann als super Belohnung geben. Aber ihr könnt es auch nicht überfüttern. Für viele, die sonst nichts dürfen, sind wir nicht nur die Zahnpflege, sondern auch oft die Leckerli oder die Kaualternative. Und wir haben nur fünf natürliche Zutaten und keine Nebenwirkungen. Es ist Genuss ohne Reue. Und das heißt auch, dass ihr wirklich Zahnpflege füttert als Leckerli. Es hat wenig Kilokalorien. Ihr habt auch Nährstoffe, die das Immunsystem stärken. Also wirklich Genuss ohne Reue. Und es darf auch mal bei Kuschers ein Leckerli mehr sein. Dann müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben. So, genau. So, sie bekommt natürlich jetzt auch noch mal Geschenke mit dazu. Und als nächstes. Oh, ein Mann. Sehr schön. Florian. Florian, vielen Dank für deine Bestellung. Ich freue mich sehr darüber. Du hast bestellt dreierlei Puffy Sizzits und auch wieder die Zahnputzflocken Papi. Also fast schon der Klassiker. Ja, und das haben wir auch ganz stark gesehen letztes Jahr, dass viele haben immer am Anfang gar nicht realisiert, dass wir die Großpackung noch haben. Aber jetzt mit dem neuen Online-Shop und so werden die sehr, sehr gerne gekauft. Und ähm...